Wir hätten einfach alle rennen sollen. Sollen wir alle mal alle aufeinander fliegen? Einfach ausreziehen. Letzte Spielrunde, alle Kugel verballern. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Das war bei letztes Jahr, da hat keiner was abgekommen. Das war bei der Wahrscheinlichkeit. Hallo, wir waren heute da unten. Hier hat nur einer.